Mensch und Teilhabe beim Internationalen Bund Brandenburg IB Bildungscampus Berlin-Neuenhagen Du entdeckst Dein Handwerk und gestaltest Deine Zukunft Du vertiefst Deine Interessen und lernst ohne Barrieren Du stehst in Kontakt mit der Umwelt und Deinen Mitmenschen Du verwirklichst Deine Träume und findest neue Freunde Jeder Mensch hat Stärken Wir fördern sie Willst Du dabei sein? Komm in unser Team IB Mensch sein Stärken www.ib-brandenburg.de Neuenhagen und Frankfurt oder www.ib-brandenburg.de